yo leute herzlich willkommen beim letzten part von wikwil ich weiß es ist lange her dass ich das letzte mal gespielt habe aber part 4 muss noch kommen heute spielen wir die letzten 1 2 3 4 5 6 level und ja starten wir direkt mit level 35 wir sind ein helikopter und müssen dings das erschießen ich weiß ja nicht was genau das ist panzer vielleicht oder so krasse militärauto teile aber ja das level geht glaube ich dann auch relativ schnell zu ende und ja level haben wir geschafft was das ist doch nicht mehr wikwil das ist einfach zombie action baller game fake the walking dead oder was dasselbe ist geil ich mag das ich hoffe die munition kann schlageln oder sowas und level geschafft sind jetzt die letzten level das leichteste überhaupt oder was oh nein der pinguin was hä hä da ist doch kein ton hä ich verstehe nicht was muss ich machen egal wo ich berühre das meer bewegt sich was ist das da hinten ist das ein schiff alter was muss ich hier machen alter was muss ich hier machen alter pinguin schwimmt hier mal übelst gut was ist das äh ey ne ich hab keinen bock was muss ich muss mal okay 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 aber vergessen wir es weiter geht's ähm wir müssen oh krass alter digger ey ey man kann die nicht besiegen äh okay problem ist die sind höher so dass ich die nicht treffen kann die sind höher so dass ich die nicht treffen kann äh ey ich bin one hit warum ist das so ich hasse wickwe ja das game kann spaß machen aber ich bin one hit warum bin ich one hit warum bin ich one hit sind das japaner oder was ey ne ey ne oder das ist viel zu schwer für mich ich bin kein japaner wickwe ist für japaner und nicht für deutsche alter was ist das ich weiß ich weiß jetzt warum ich aufgehört hab mit wickwe ich hab das besser in erinnerung alter alter ich hasse das ich hasse das ich will das nicht mehr spielen aber ich hab mir jetzt vorgenommen die letzten level zu spielen und das werde ich machen ich weiß auch nicht irgendwie cutten wickwe letzte folge egal wie lang es dauert es muss kommen und ja ihr wisst nicht wie sehr ich mich grad freue was 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 ey ne boom 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 spring spring jump make The Mario Mac to Mario Spring Spring Wer sind diese Leute da eigentlich Ich meine die kamen ja schon mal von diesem Zombie-Level oder was das war Sind das die gleichen? Sieht irgendwie so aus Ey wie viele sind das überhaupt? Was ist das für ein Hintergrund? Ey Achja wenn ihr Manga Reviews wollt Ähm schreibt mal bitte in die Kommentare Dann würde ich das machen Und äh schreibt eure Lieblings Fortnite Tänze in die Kommentare So dass ich die vielleicht machen kann Ich sag das jetzt mal in den nächsten paar Videos Und dann hoffe ich dass sich so eine erstaunliche Sammlung angesammelt hat Die ich dann machen kann Ey ja das wär geil Fortnite Tänze Und ja Ich mach die dann erst Und dann müsst ihr erraten welche das sind Das wär doch geil oder? Das würde euch gefallen Ich weiß wie ihr tickt Und ja ich hab grad einen guten One Ja Ey nee Ey nee Ey Ich schlitter über dem Boden Voll krass Einfach 7 vs. White Tutorial Alter 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Alter, was ist das? Ich wollte bei den letzten Parts, soviel ich weiß, eigentlich auch rumbrüllen ohne Ende, weil das Game einfach so hart scheiße ist und unfair. Aber damals war ich noch so frisch auf YouTube, hatte keine Erfahrung und alles, aber das geht nicht! Ich hatte gesagt, vielleicht kommt ein Bosskampf oder so. Irgendwas, worauf man sich freut. Aber das ist einfach nur scheiße! Was ist das hier? Boom! Booyah! Alter! Was ist das? Ich bin jetzt drei Minuten oder so in diesem Scheiß-Level! Vielleicht auch nicht, weil das andere Level genau das gleiche ist! Ey, nee! Ich hab euch gesagt, ich werd das nicht vorspulen oder so. Ich werd es euch so geben, wie ich das hier mach! Ey! Ich hab keinen Bock da drauf! Was soll das? Man muss immer irgendwie so vorgehen, weil man nicht rechtzeitig genug da runter kann und dann hat... Alter! Ich glaub, das war grad der letzte sogar! Ich... ich zähl das jetzt als Sieg! Ey, ja! Ich hab... Wir... Wir... Wir haben Vigwe durchgespielt! Wir haben dieses Scheiß-Game durchgespielt! Es war viel Frustration für mich! Ich wollte so viel rumbrüllen! Hab's mich aber damals noch nicht getraut! Aber... Aber... Vigwe! Ich hab dich besiegt! Alter! Es gab so viele Level mit so Scheiß-Elefanten und so! Aber... Wir... Haben es... Geschafft! Ja! Ich bin grad so froh! Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie froh ich grad bin! Das Game war so scheiße! Aber auch so geil! Ich kann es... Ich kann es euch an den Zerp singen, wenn ihr mal wieder ein gutes Mobile-Game wollt! Ey! Ja! Ähm... Das war's jetzt mit dem Video und... Wir sehen uns im... Nächsten Video! Tschüss! Haut rein! Und auf Wiederhören! Arrivederci!